Untertitelung des ZDF, 2020 Die Universität in einem Wort Sie ist anders Chaos Ein funktionierendes Chaos, in dem jeder seinen Platz findet Mir fallen zwei Wörter ein, Zusammenhalt und Vielseitigkeit Bunt Genial Mama Jung Vielfältigkeit Da man hier anders als an anderen Business Schools, jetzt für meinen Studiengang, wirklich ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten trifft aus allen Fakultäten, die wir hier haben Persönlichkeitsbildung Offen Es wäre offen Freiheit Ich denke, mit Medizin kann man im Leben eines Menschen viel verändern Die Gesundheit ist einfach essentiell und bedeutet für alle was, egal wie reich, wie arm, wie dick, wie dünn man ist Wir müssen mehr Köpfe ans Denken bringen Ich glaube, das ist so ein bisschen die Philosophie an dieser Uni In Witten treffen einfach ganz verschiedene Menschen aufeinander und das ist das Schöne Ich glaube, das ist das Schöne Für immer mehr owych Ich denke, das ist das Schöne Ich denke, das ist das Schöne Wettlichkeits volunteering venir Sie Daniel Ich denke, diese